Früh am Morgen. Noch ist es hell. Aber noch ein paar Wochen, dann ist es um die Zeit dunkel. Na, Paule? Das mischt man mit hier draußen sitzen. Ja, sieht gut aus. Mal gucken, was die Straße macht. Ja, sieht sehr gut aus. Nehmen wir an, kommt heute alles weg hier, was hier steht. Ja, noch schauen. Na, Paulechen?